hallo meine lieben abonnenten und minecraft freunde willkommen zurück zu minecraft islands ja maxi was machst du denn gerade ich spektatuiere die eiländer nein nicht schon wieder geht schon wieder gut an okay ich habe mich ja eigentlich geflüchtet hierunter weil das schon wieder ein zombie ist ja genau du kleines blödes vieh das sagt man nicht okay und ich baue hier gerade kohle ob genau dann mache ich mir jetzt mal ein bisschen nein das geht nicht das ist nicht cool ach nein shit okay ich mache mir jetzt eine volle garnitur steinwerkzeug dann suche ich mir selber eisen leute so geht das jetzt ich werde jetzt anziehen ich das geht nämlich nicht so weiter mit mir ist das wäre ja sonst furchtbar ich ziehe jetzt voll an mit der leistung ich mache jetzt hier sofort eine mine maxi transformiert zum pro gamer genau pro der vorne da vorne da vorne da ist ein lindenbaum am brunnen vor dem tonnein genau schlager sendung nichts schlager sendung das gehört zum zyklus winterreise von franz schubert mein lieber dann klassik nein romantik ja aber klassische musik keine romantische musik ja na romantik also das kinderts darauf an wie man noch rom rom hat der schaffee der romantik aus der epoche der romantik das stimmt aber romantik romantisch hat ja eigentlich eine andere bedeutung nein eigentlich so nicht damit ich weiß es ist die grundbedeutung nicht mehr aber sie hat eine andere bedeutung oder kriege ja irgendwie seine andere sprache die keiner mehr braucht okay ach hier kommen wieder tiere hallo grüne tiere schlimm aber die epoche der romantik finde ich nicht sehr romantisch in dem sinne und ja die haben sich eigentlich die ganze zeit mit irgendwelchen verhindern hirngespinsten beschäftigen genau finde ich nicht mal so schlimm eigentlich naja ich mein verrücktes hirngespinst bin ich ja auch ne stimmt passt eigentlich zu dir genau du ist ja gut ich gerade jetzt hier mal ganz unverblümt herunter welche höhe wenn ich denn muss ich bin auf der höhe 70 das ist nicht gut das bond wahrscheinlich hat gar nichts ich mache hinter mir dann später zu will nicht von hinten gekillt werden wie eine mathe lehrerin mal gesagt hat bei mir beim einsammeln einer schulaufgabe damals noch von hintern bitte okay muss das ding zusammenschneiden wieso ich muss meine folge hundertprozent zusammenschneiden jetzt ist das maxis fails genau so leute hier bin ich wieder bei mir geht es einfach weiter gewesen bis fraps auf kackt ist gut noch mal ja hier bin ich wieder gewesen scheiße warum gehen das nicht also bei mir geht es einfach weiter jolo swag alter wie das nicht geht wie es nicht geht wie es nicht funktioniert warum funktioniert das nicht okay warte mal nein das gibt es doch nicht wer benutzt auch fraps zum aufnehmen niemand außer mir die story wäre eine gute alternative oder oder wie ich open broadcaster ist ja kostenlos ist auch sein kostenloser unbezahlbar weiter geht es leute oder auch nicht oder auch nicht ja nein vielleicht also bei mir geht es immer weiter keine probleme bleibt einfach bei mir aber einfach nicht aufnimmt der stricher oh mein gott warum nimmt er nicht auf ich kapiere es nicht also entschuldigen leute kein problem meinen abonnenten geht es gut alter fraps ich hasse es einfach das ist einfach so buggy strand buggy nein 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 not this time nein doch schon wieder alter ich will nicht mehr ach gottchen ach gottländer nein nein alter lass mich in ruhe lass mich in ruhe schon wieder ja schon wieder das alles sehen meine menschen gar nicht nein dafür sehen meine menschen graue steine wow toll bring mich jetzt um so nein ich bin nicht gestorben ich will jetzt ich will dass brett wieder aufnimmt bitte büttel 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 alter ich kann nicht mehr wiederbeleben drücken ich kann ja ich ernsthaft nicht mehr wiederbeleben drücken entschuldigung ja minecraft packt sehr gut sehr gut ja so gelacht dass natürlich 31 eisen sehr erfolgreich ich brauche eisen ausverbaut oh gott oh mein gott gut jetzt schließe ich nochmal fraps stirb dann öffne ich fraps nicht er könnte hier maxi dem die baggenden aufnehmer zu hören wie er versucht sein minecraft wieder auf der ja zu bekommen genau schon manchmal eine tiefer dieses spiel nicht im positiven sinne mann oh nein also ich ich grüße schon mal alle abonnenten von mir die jetzt gerade in diesem moment bei fensterkiller eingeschaltet haben wahrscheinlich ein halber oder so ja mein 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 halber abonnent ich habe ja nur einen halben ja so fraps komm bitte mach mach mich glücklich fraps ähm ja wahrscheinlich nein alter es funktioniert einfach nicht immer noch nicht ähm blöde tricksteil dann nehmen wir am besten mit open broadcast oder sowas auf ja werde ich die nächste folge machen danke okay diese folge ist ja eh bald zu ende ja super ich kann nicht die fail folge die fail folge sehr gut nein nein was creeper ach gott du ziehst das unglück einfach an ich renne weg leute willkommen zurück bei mir hier aus den wäldern von moodor wenn ihr sachen sehen wollt die ihr bei mir übersehen alter fick dich nein ihr könnt ausrasten leute tschuldigung aber ich finde es gerade echt nicht mehr lustig ich verreck in einer dur ne in einer dur alter alter jetzt bitte bitte net jetzt bitte net ich finde ich finde vor allem nicht mehr unsere base also unsere future base future base ich könnte einfach nur dauerragen weil bei mir fraps abgekackt ist leute es wollte einfach nicht mehr alter nein kommt leute bitte es kann doch nicht angehen bitte nicht heute ok 2,5 herz bei mir 3,5 sehr gut genius ok nein alter nein bitte bitte nicht bitte nicht ja halbes herz halbes jetzt bitte beschütz mich beschütz mich ich will nicht sterben ich werfe mal 31 eisen in den ofen ich könnte ausrasten hier wir sollten irgendwo zubauen damit keine weiteren monster kommen ja bitte bitte ich bereichere mich an deinem fortschritt ne sehr gut danke ja so hier ist zeug drin das ich brauche was zu essen und so weiter gut sehr gut gut jetzt sollten wir dann mal die folge beenden oder ja genau jetzt wird es eigentlich schon zeit also dann leute bis zum nächsten mal hoffentlich ohne aufnahme abschkacka ja das sehen wir mal bis zum nächsten mal tschüss 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 tschüss